Lass das hier, das ist das Beste für euch. Tja, dagegen kann man nichts sagen, Boss. Du hast das Gehirn, ich hab dafür die Muskeln. Wir fegen jeden Duellanten, der sich uns in den Weg stellt vom Feld. Na warte, Pegasus, bald rechne ich mit dir alle. Alle Erniedrigungen, die du mir beim Duell während der internationalen Meisterschaften zugefügt hast, werde ich dir zurückzahlen. Jetzt sind nur noch wir beide übrig. Genauso wie ich's haben wollte. Willst du noch deine letzten Worte sprechen, Lackaffe? Ich war drauf und dran zu gewinnen, aber dann hast du was auf einen Zettel gekritzelt und einen Jungen aus dem Publikum zu dir gerufen. Hey, was soll denn das? Jede Art von Hilfe ist verbunden. Ich brauche keine Hilfe. Sogar ein Kind könnte dich mit links besiegen.